er muss einen Tod ein Piloten ist tot und der zweite der Wettel ja so willkommen zu einer weiteren Runde Teilen voll mit der Play alle Leute und wir spielen hier eine Map die ich überhaupt nicht kann ja das kann ich mal hin ich habe letztes Mal versucht die Vögel zu töten aber die kriegst du auch nicht tot ich habe mit dem G drauf also mit der Maschinenpist mit dem Karabiner drauf geschossen sind nicht gestorben naja wir spielen den Modus Pilotenjäger wie ihr ja eine Folge vor mir schon gesehen habt da hat es leider nicht geklappt wie auch hier unten links noch steht stimmt aber die Map heißt aber in der Mission anders das weiß ich da hat es kein Knochenfeld gegeben ja ich finde da halt Titanfall Let's Plays auch schön nur die Story der Let's Plays gucke ich mir nicht an prinzipiell nicht weil ich selbst noch Let's Play darüber machen möchte achso ok natürlich das ist jetzt bei mir eh durch es kommen danach nur noch Multiplayer echt soll ich schon durch ja in wie vielen Folgen 18 das geht ja noch ja du wirst feststellen wenn IMC spielst und so dass es recht zügig durchgeht das hätte ich nicht gedacht was sollte man hier sonst tun ich bin hinter dir oh von vorn ja ich bin tot ich auch der war gut ne wir können ja unseren Zuschauern auch noch den Tipp geben wenn ihr mal zusammen aufnehmen wollt bei Titanfall erst die Freunde einladen dann Frap starten sonst funktioniert das nicht also das ist kein Bug äh ich stand eben ein feindlicher Pilot neben einem Pilot von uns und die haben sich nichts getan ey ja jetzt bin ich schon wieder tot vorsicht hinter dir äh das hab ich auch zu spät erst gemerkt der Typ steht da oben immer noch den muss ich da mal jetzt runter holen na so ich hab ihm die Tarnung diesmal drin juhu einen tot ein Pilot ist tot und der zweite Doppelkill und der dritte killt mich super aber der Pilot da oben steht da immer noch so fein säuberlich ne der wo uns am Anfang umgeknietet hat der hat mich jetzt schon zum dritten Mal gekillt der steht da immer noch mit seiner Tarnung und ballert da runter ja das geht schon wieder ziemlich schlecht für uns aussehe ich gerade wir liegen schon wieder 4 zu 12 hinten da müssen wir aber noch was ändern das sollten ich hasse es so sehr als ich vorhin sogar noch zwei Runden gespielt hab da ging das so gut da hab ich ich glaub alle beiden Runden gewonnen und jetzt hier werde ich von der Schrotflille von hinten abgeschossen oh oh nein du bist wieder so weit ich komm nicht zu dir rüber deshalb müssen wir übers offene Feld rennen aber da komm ich nicht leben rüber da rennt ein feindlicher Titan rum ich muss mich noch 30 Sekunden über Wasser halten bevor mein Titan bekomme ach man das ich war doch schon um die Ecke ja mein Titan ist bereit oh wohin oh super da oben auf dem Berg oh das Feind hat gar nicht auf mich geschossen das ist so ein Bot ne ja die Bots sind noch ein bisschen doof also ein bisschen ist gut das ist sehr doof na solange die Punkte geben ja eben aber die Piloten musst du töten das weißt du ja das ist schon klar nur die geben Punkte die anderen geben nur IP ja IP heißt das wohl wo ist mein oh jetzt werde ich auf Skype angerufen ey ich hasse das ey ich hoffe das hört man jetzt nicht zu stark in der Aufnahme deswegen bin ich meistens auf rot also bin ich auch jetzt schon deswegen dann können sie mich anrufen oh können sie mich anrufen und ja ich krieg's nicht mit ach man ey noch kein Piloten kill ey das gibt's gar nicht ich versuch grad die Titans zu killen aber ey da ich muss mal vom Bug erzählen den ich gestern hatte ich hab einen Titan gelandet und unter mir ist gerade in anderer Titan gelaufen und dann ist mein Titan ne du weißt ja man kann sich da festhalten an den Titans als Pilot ja dann ist mein Titan bei dem äh Titan da oben gelandet und hat sich da festgehalten das hat das Spiel auch lustig ist schon wieder von hinten erschossen ausgesehen das war richtig witzig ich bin die ganze Zeit bei dem Titan oben mitgefahren ich glaub es war ein Panzer Titan oder so und ich bin da die ganze Zeit oben drauf mitgefahren mein Sound packt mal wieder das hab ich am meisten na gut durch das Ding durch Skype hört man eh nicht so viel vom Ingame Sound aber das ist ja nicht so tragisch verdammt vielleicht ein bisschen lauter machen ah ne da packt ähm so das ist es doof bei Skype dass es so den Sound runter regelt von den Spielen find ich immerhin hab ich überlebt den Titan Absturz hier wo ist mein Titan jetzt oh da endlich mal und wie spektakulär ich einsteige oh da bin ich da bin ich den Titan aber noch ganz knapp entkommen nein jetzt hat er mich doch gekriegt erst mal alles weg schnetzen was man hat oh dieser scheiß Rauch geht mir auf den Keks erst mal dem Pilot eine mitgegeben wo Rodeo gemacht hat beim Verbündeten jetzt mal eine Fette in die Fresse gehauen oh Gott also bei mir leckt es gerade ein bisschen ab hab einen Pylonenassist hab ich ihn gekriegt den Kill ja ich hab ihn gekriegt scheiße zu viele Titans vier Stück oh Gott weg weg nein nein nicht töten jetzt bin ich tot hey diese diese Bots sind so unnötig ja bei dem bei dem Modus ja bei Materialschlacht sehr nützlich können wir gleich auch noch eine Runde von spielen ja ich glaube das machen wir jetzt dann auch noch weil ich müsste eh die Lobby wechseln weil mein Sound bugt wieder ich hab jetzt richtig geile Position um Titan zu jagen steh hier oben auf dem Turm drauf ich seh deinen Titan ja ich bin grad davor gekillt worden achso naja gut er geht das du kannst mit V den Autotitan Befehle geben das ist mir klar ich spring nämlich grad in den rein also ne du kannst dass er dich verfolgt oder selber kämpft was kannst du machen ey ich hab sogar noch den Titan gekriegt der meinen Titan zerstören wollte er ist schon wieder ein neuer Mist so einmal von hinten abgeschossen jetzt muss ich runter um meinen Titan zu kriegen oh Mist der hat ein Block schüttelt ey erst mal alle Speck dass wir wegmachen nein scheiß ich ich verlasse Kill der hat mir eine Rakete in die Fresse gejagt ich hab aber bloß noch nicht rausgefunden wie man einen aus einem Titan rauszieht das hab ich noch nicht rausgefunden wie das geht du meinst mit einem Titan den Typen aus einer anderen Titan rauszuziehen genau du musst das hab ich einmal schon geschafft du musst ganz knapp wenn der Gegner fast tot ist einmal gegen den schlagen genau da wo der Pilot sitzt und dann zieht der den manchmal da raus und wirft den gegen eine Wand oder so ja da hab ich einmal in der Beta so spektakuläre Szene gehabt wo kurz vorm Ende oder als Last Kill mich dann rausgezogen hat und oh scheiße ich bin in dem Schiff und das wird glaube ich jetzt in die Luft gejagt und ich hab noch einen Piloten getötet ich entkomme nein ich nicht lass mich ich bin entkommen so sieht das hier aus wenn man das Schiff mal erreicht was bei mir auch sehr selten ist und ich bin leider auch wieder ich hab 4-7 es geht drei Titanen das war okay so ich hab leider drei Titanen das ist drei Assists von Piloten nur gemacht jetzt machen wir Materialschlacht noch das heißt bis zum nächsten mal meine Zuschauer guckt doch mal bei der Play rein das gleiche geht auch für meine Zuschauer schaut mal bei da links steht in der Beschreibung bei mir auch ja dann bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal